Hallo, mein Name ist Kerstin. Ich werde dir jetzt zeigen, welche Möglichkeiten zur Wortbildung es in der deutschen Sprache gibt. Du wirst Zusammensetzungen und Ableitungen kennenlernen. Um dieses Video verstehen zu können, solltest du die Wortarten im Deutschen kennen. Was ist eigentlich Wortbildung? Und warum ist es wichtig zu wissen, wie sie funktioniert? Schließlich gibt es doch schon genug Wörter im Deutschen, oder? Und die stehen alle im Wörterbuch. Doch was ist mit dem Wort Faltplan Falschfalter? Oder mit Butterblumengelb? Das sind Wörter der deutschen Sprache. Doch finden wir sie auch im Wörterbuch? Nein. Es handelt sich um Zusammensetzungen. In der deutschen Sprache gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, so neue Wörter zu bilden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Certificate Martins. Schau wieder auf der Stadt bitte hin! Dann gehen wir mal auf! Und dann gehen wir auf! Das ist okay. Das ist gut! Und Leverrausende!